So, meine lieben Kundenfreunde und Freundinnen, es ist Dienstag. Die Woche, ohnehin für das Kollektiv, ist ein Nautis. Lange nicht mehr gehabt, aber umso wichtiger die Woche ist es, auf unsere Bedürfnisse zu achten. Die Bedürfnisse des Körpers und der Seele. Essen, trinken, ausruhen, schlafen, machen. Denn der Körper ist das Fortbewegungsmittel der Seele. Das Pferd. Und wenn das Pferd nicht genug isst und trinkt und nicht genug rastet und Pause macht, dann kommt der Reiter nicht an sein Ziel, wo er hin will. Das ist eben die Semestrisch von Nautis. Und sich auch mal in der Ruhe Pause können. Das ist einfach, das ist easy nehmen. Und eben genug essen und trinken. Das ist die Message von Nautis. Unsere Grundbedürfnisse, unsere Ruhe bedürfen sich stillen. Ja, das war es auch schon. Kurz und knackig. Falls euch das Video gefallen hat, das gerne ein Like da. Dann freue ich mich um den abonnierten Kanal. Falls ihr das noch nicht habt, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Woche. Und genießt die Sonne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.